Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es gibt heute mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melody und ihren Kindern. Und ich muss euch was sagen, Leute, weil ich habe gerade mal nachgeguckt, weil ich dachte mir so, okay, irgendwann im April haben wir ja angefangen mit der Challenge. Das ist mittlerweile einfach vier Jahre her. Vier Jahre! Vier Jahre! Ein bisschen noch, als ich meinte, dass wir es vielleicht schaffen, dass wir das hier durchziehen und so. Und dass wir dann vielleicht zum Jubiläum fertig werden. Hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber ich mache mir jetzt auch keinen Stress. Wir werden fertig, wenn wir fertig werden. Aber ich dachte, das wäre eine Info, die euch vielleicht interessiert. So, und bevor ich jetzt hier auf Play drücke, gucke ich mir erstmal an, wie geht es euch allen eigentlich? Oh, dir geht es ganz schön scheiße, aber du bist ja auch schon ready to go, ne? Deswegen, du bist hier nur unsere Unterstützung. Bis Juli soweit ist und auch auszieht. Aber ihr geht es komplett beschissen. Wie wäre es, wenn wir ihr Medizin kaufen? Weil es ist jetzt ja auch Wochenende. Das heißt, sie kann uns zwar auch unterstützen, aber vor allem muss sie sich dann um ihre Sachen kümmern, dass sie halt dann auch ready ist. Dir geht es ganz gut. Dir geht es gerade auch ganz gut. Bei dir ist alles fit gerade. Und du schläfst sogar. Wow! Gibt es ja gar nicht hier. Dann können wir mit der vielleicht ein bisschen Tummy Time haben. So, und dann sind wir hier auch ready to go. Die so, ihr macht endlich. Ich möchte dich altern, Kind. Marotte enthüllt guter Appetit. Na gut. Das ist in Ordnung, Dylan. Euch geht es ja richtig gut. Kleinkinder sind so viel entspannter, ey. Okay, das Kind möchte jetzt erstmal schlafen. Das ist auch okay. Kein Problem. Vielleicht ist es auch gut, dass wir jetzt gerade keine Babys haben. Ja. Und dass wir jetzt ja auch noch bis mindestens Montag warten müssen, bis wir schwanger werden können. Ein bisschen Chilo Millo muss ja auch mal sein. Das braucht Melody, weil sonst, glaube ich, dreht sie komplett durch. Ich meine, sie ist schon in der Midlife-Crisis. Vielleicht kann sie sich ein bisschen darum kümmern. Über das Leben nachdenken. Naja, same. Hass die Wegzeit. Das gebe ich doch nicht. Das Gute ist, dass sie jetzt zu unterschiedlichen Zeiten wach sind. Also die Säuglinge. Das heißt, wir können uns ganz langsam um sie kümmern. Pete hasst die Schlafenzeit. Naja, dann ist das halt so. Es ist mir scheißegal, dass du das hasst. Anni liebt es, gehalten zu werden. So, dann kannst du Bauchzeit mit Anni verbringen. Alles ganz in Ruhe, ihr Lieben. Level 3 der Fantasiefähigkeit. Und sie kann sich nach etwas ausstrecken. Großartig. Ihr macht Bauchzeit. Ihr seid alle ganz toll. Wow. Der erste Windelplatzer. Super. Dann baden wir sie. Dann kann sie auch gleich ihr... Ach nee, sie hat schon ein erstes Mal jetzt durch den Windelplatzer, ne? Egal, wir baden sie trotzdem, weil das ist ein bisschen widerlich. Aber jetzt fehlt ja wirklich dann nur noch Grobmotorik und dann können wir sie tatsächlich auch schon altern. Also es ist schon in Ordnung so. Aber sie wäre gern auch danach nochmal kurz im Bettchen. Das ist kein Problem. Er ist richtig mad. Super. Sehr schön. Das hier klappt wenigstens. Kann sich einfach Haier machen. So, sein erstes Mal ist er auf jeden Fall baden auch. Mama, das ist mir ängstigend. Sehr sogar. Guten Morgen, meine Liebe. Süß, aber er ist gerade sehr zufrieden. I love it. Ich meine, muss ja auch mal sein, ne? Yay! Kopfheben freigeschaltet. Das heißt, Melody kann sich danach um sich selber kümmern. Das braucht sie aber auch dann. Sie hat Level 3 erreicht. Super. Dann kann sie gleich Angelo auf die Spielmatte legen. Und da kann er dann vielleicht die Feinmotorik lernen. Hoffentlich. Hier, guck dir das Spielzeug ein bisschen an. Das ist ganz toll. Yay! Oh, Guren. No! Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist das, was ich wollte. Yay! So ein Feini bist du. Dann brauchen wir natürlich einen Kuchen. Pete hasst die Weckzeit. Also Pete hasst alles, was irgendwie mit Schlafen zu tun hat. Wir lieben es. Dylan hasst auch die Weckzeit. Was ist denn mit euch allen? Angelo beruhigt sich selbst. Das bringt uns aber jetzt auch nicht mehr so viel. Ich zeige Geburtstagskerzen drauf. Und Angelo, es ist deine Zeit. Happy Birthday to you. Yay! Ein musterhafter Säugling. Süß! Er ist neugierig. Genau. Du gehst am besten schlafen. Sie sieht so zufrieden aus. I love it. Dann könnt ihr nochmal zusammen Bauchzeit verbringen. Pete ist singfreudig. Süß! Nee, ihr sollt jetzt Bauchzeit miteinander verbringen. Let's fucking go. Komm, du schaffst es. Los! Yay! Ich wusste, dass du es schaffen kannst. Happy Birthday to you. Und sie ist ein glücklicher Säugling. Sehr schön. Und sie ist heikel. Bevor wir in den Cast gehen, erstmal speichern, weil bei manchen stößt das Spiel dann ab. Deswegen lieber speichern. Und sie ist heikel. Jetzt wird das Leben erstmal entspannter. Kleine Kinder sind doch ganz in Ordnung, glaube ich. Wow, Melodie hat ein Meisterwerk fertiggestellt. So, damit sie hier ihr erstes Dings beendet. Machen wir das hier mal. Ein Lied schreiben. Die hat Probleme, sag ich euch. Spam Geldanfrage verschicken. Entschuldigung. Ach, das geht nur an ein Instrument, glaube ich, ne? Nö, auch nicht. Ah, doch, aber sie muss erst ein bestimmtes Level erreichen. Level 8 auf einem Instrument. In dem Fall könnte sie ja Gitarre weiter üben. Da guckt man einmal nicht hin, ne? Ew. Geil, ey. Ich liebe euch. Ne, wir machen keinen Abschlussball. Angelo hat nur einen leichten Schlaf. Na, super. Hör auf, hier so rumzutrotzen. Was ist mit dir? Irgendwie kann ich nicht mehr Spam, dass die hier mit den Bärchen reden. Das ist ein bisschen blödi. Ich meine, zur Not müssen die halt miteinander reden. Das müsste ja auch eigentlich funktionieren, oder? Du gehst jetzt einfach schlafen. Es ist mir egal, ob du Bock drauf hast oder nicht. Die wechseln sich ja ganz gut ab mit dem Schlafen. Also ist das gar nicht so schlimm, dass ich im Bett zu wenig habe. Ich habe das Gefühl, das dauert alles viel länger jetzt. Ich meine halt Kommunikation nicht mehr so cheesen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne? Und man sieht, kann ja nebenbei vielleicht mal mit ihrer Tochter reden. Angelo ist ein Frühaufsteher. Ach, super. Du bist doch nicht mehr ausgeschlafen. Ziehe ich gar nicht ein. Na, das bringt zumindest ein bisschen was, ne? Ich versuche das jetzt so ein bisschen abzuwechseln. Dass er jetzt zum Beispiel Formen macht und dann brabbeln. Und dann wieder Formen und dann brabbeln. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Anni hat Level 2 Kommunikation erreicht. Super. Wir können da Streetart ja drin machen. Niemals erschöpft wäre natürlich auch gut für sie, ne? Weil ich glaube, das haben wir noch nicht. Wir haben die Stahlblase und so, aber kaum hungrig. Ja, jetzt wo wir die Infants haben, ist es vielleicht gut. Ansonsten hätte ich gesagt, ja, das ist dann irgendwie schon wieder so too much. Weil manchmal möchte man ja auch, dass die einfach alle schlafen. Aber jetzt gerade ist es schon sehr anstrengend. Level 3. Beide. Wow. Musikliebhaberin. Ja, gerne. Okay, er kann die Bärchen jetzt schon umarmen. Das ist super. Okay, wenn die Interaktion vorbei ist, dann müsste es eigentlich gehen. Aber zwischendurch wird das uns einfach abgebrochen. Dann können wir jetzt doch wieder cheesen. Alles gut. Wuhu. Sehr brauche ich jetzt nur noch Bewegung. Das ist ja nicht schwierig. Nice one. Und Cindy brauchen wir jetzt eigentlich auch schon nicht mehr, ne? Eigentlich könnten wir die auch schon rausschmeißen. Aber... Ach komm, ich mache das einfach morgen. Dann am Montag. Dann gehen die jetzt einfach zusammen. Macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ob die jetzt noch einen Tag länger bleibt oder nicht. Yay. Ihr seid alle so toll. Ehrlich. Chrissy ist komplett mad. Das heißt, sie kann noch mal schlafen gehen. Aber ist kein Problem. Sie ist schon richtig gut dabei. Dafür, dass sie jetzt gerade erst quasi gealtert ist. Oh mein Gott. Er hat es ja schon geschafft. Dylan. Hast es getragen zu werden. Naja. Happy Birthday to you. Musst du auch nie wieder. Juhu. Und der ist... Unberechenbar. Komm, wir können ja erstmal so eins von denen nehmen, ohne zu randomisen. Wir nehmen mal den Spielführer. Ich werde das eh nicht machen mit denen, aber... Ist ja aber egal. Man müsste... Mein Piet müsste direkt so auf den Fersen sein, aber ist er nicht. Naja. Er gibt sein Bestes. Ich bin ja gespannt, was das hier werden soll, ne? Zu ihm fehlt jetzt auch nur noch Denken. Das klappt ja alles noch. Angelo ist hart am Stinken. Viel der Motorikfähigkeit. Das ging irgendwie richtig schnell mit Dylan. Aber finde ich nicht schlecht. Interessant. Eine Schlucht ist das. Na komm. Du schaffst es jetzt auch noch. Los. Seine Haare haben sich verändert. War... Ich hinterfrag's nicht. Wir ändern das einfach dann wieder. Yay. Happy Birthday to you. Ah, und er ist böse. Wow. Und er möchte natürlich ein kreatives Genie sein. Weiß man doch. Dann gibt es noch eine Runde Creative Sim für euch. Jihau. Aber es wird wahrscheinlich schnell gehen. So wie eben auch. Musik. 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 Was? Es war Tag der neuen Fähigkeit? Das wurde mir nicht mal angezeigt. Angelou ist auch schon komplett am Start. Er braucht einfach nur noch Bewegung. Warum hat er drei Outfits zum Rausgehen? Hä? Egal. So, er darf heute zu Hause bleiben, weil er erst so spät gealtert ist. Ja, Anni fehlt jetzt auch schon nur noch Bewegung hier, ne? Also, let's go. Nein, ich will keine feste Freundschaft. Geh weg. So, spielt man auch mal miteinander. Ich glaube, das gibt auch immer ganz gut Bewegungsfähigkeit, weil dann ist Anni nämlich auch soweit. Yeah, let's go. Happy Birthday to you. Yay, und sie ist ein Einzelgänger. Und sie kriegt das Pyjama-Party-Löwin-Dings. So, er braucht ja auch nur noch ganz bisschen Bewegung. Deswegen soll er jetzt einfach aufstehen. Und Mutti spielt dann mal kurz mit dir. Und dann ist das alles toll. Juli! Sie ist einfach... Juli! Why? Ich meine, danke für die Schulprojekte, aber excuse me. Yay. Level 3 hat auf jeden Fall geklappt. Angelo liebt es, getragen zu werden. Ja, wie gesagt, das interessiert uns jetzt nicht mehr. Denn, Happy Birthday to you. Du wirst älter. Yay. Und du bist ein Musikliebhaber. Wie deine Mutter. Und so geht der Letzt-Time-Wir-Geist und Körper. Wir schmeißen Cindy jetzt trotzdem raus. Weil ich hab gesagt, Montag schmeißen wir sie raus. Eigentlich ja zusammen mit Juli. Aber Juli hatte ja keinen Bock jetzt. Das Umstyling von den beiden Kindern machen wir aber dann auch erst im nächsten Part, weil ich nehme 1 Stunde und 36 Minuten auf. Und so langsam reicht es jetzt auch wieder. Wir haben zwar heute keine neuen Kinder produziert, aber wir sind einen weiten Schritt gegangen, um weiterzukommen. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann definitiv ein Kind zeugen. Mit Morgin Ember, haben wir ja gesagt. Wenn wir Glück haben, haben wir dann sogar Teenager im Haus dann ja vielleicht. Es wäre sehr vorteilhaft tatsächlich. Also von daher, wir kriegen das schon hin. Die letzten 5 Kinder kriegen wir hin. Und wenn wir zur Not halt einen der Kinder dann bei uns behalten, die uns dann irgendwie in irgendeiner Form unterstützen. Es ist nicht verboten. Also von daher, was sollen wir tun? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss!